ja moin moin liebe sports freunde willkommen hier bei out of reach mit dem extrem hier am jagen hallo und bladeck und würdern sind irgendwo und tour ja ganz viele fische jetzt wird sie dich doch mal bitte von dem von mir erlegten ich will doch nur looten ich brauche nur ein bisschen knochen und ein bisschen leder haut was auch immer sie dich doch umlegen kann ich dich nicht das weiß ich überschlag gemacht wie lange liegt so eine tierleiche weiß ich nicht lange dauert aber schon ein bisschen weil ich hatte vorhin auch so eine phase da musste ich vom nasa ab und wenn mich das gestört hat beim bluten auch kaum schon so nah bin ich doch noch gar nicht dran du mist wie ich also hier sind ein paar foundations auch zwei kisten gewesen waren leider leer und jetzt sehe ich mal wieder so ein turm ich bin jetzt auf jeden fall mal sehr viel vorsicht das hat mir gerade doch schon schrecken eingejagt das auf einer einmal einer hinter mir steht aber es ist auch schon so ein bisschen mutig weil ich meine man sieht ja doch schon dass ich ein bisschen equipment habe und er kommt mit dem stein an und er hat wohl gedacht dass ich mit einem unfall oder so sondern es ist wahrscheinlich auch gedacht ich habe nichts zu verlieren oder so noch ein bisschen noch ein bisschen ich bin jetzt bin ich zumindest beim hunter schon mal gerne jetzt versuche ich mal in eure richtung zurück zu laufen wäre nicht schlecht ja ich gehe mal aber den umweg und teste auf der da hinten auch böse ist muss wieder ein neuer auf dem server super zunk da kommt einer da läuft einer extrem da läuft einer wenn der lobados dran steht haut den um der hat es nicht anders gewollt ich bin aber gerade das scheiß viel fett am jagen ja wie schreibt man hier eigentlich mit z macht den chat auf ok nein ich nicht weder mit z noch mit y mit t ok und sind dann sind wir jetzt mal freundlich und antworten den hier das ist erz jawohl kupfer kommen jetzt gleich mal gucken ich bin jetzt jäger verbessert auf artisan also ich habe auf jeden fall schon mal kupfer gefunden hier artisan ist cool auch nicht schlecht war erster pvp kill hast du ihn gekillt wer war das äh super zungen oder so ups ich will freundlich sein begrüße ihn oder ein paar bitte umgehauen ich habe keinen bock mehr auf das spiel er geht da wieder auf zwei holz hatte der gar nichts ja natürlich nicht wenn er frisch drauf war war es mir geil wenn faust das nix zum abfackeln hat muss halt jemand sterben scheiße aber der hat auf jeden fall äh gut schaden gemacht ja so mit seinem scheiß stein ja so ein drittel oder ja so ein drittel hatte ich auch verloren nach der kleidung werde ich mir auch auf jeden fall äh anderlinar steht hier einfach nur oben auf dem werk hat keine kleidung hat keinen stein in der hand ich lasse ihn mal hier stehen ja ich komme jetzt auch in eure richtung wieder ich bin ganz oben auf dem berg wo schnee liegt ich fackel hier vorher noch so ein kleines hütchen ab der fasst wie wie bei uns hier in deutschland ne zu weihnachten ganz oben auf dem berg hast nur schnee ja das stimmt das so viel zu weiße weihnachten naja die schneeschieberindustrie genau die schneeschieberindustrie äh geht pleite dieses jahr ja wahrscheinlich was steht da ab abtrünniger abtrünniger was heißt das kannst du weg machen denn hast du nicht mehr diesen roten status den ich hatte das läuft jetzt eine 24 stunden ach so musst du erst warten ich hab meinen ruf weg gemacht jetzt aber was bedeutet das äh wenn du irgendjemanden angeschossen hast also wenn der das sieht dann weißt der oh 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 der ist böse ja der hat schon mal einen spieler angegriffen ja der kann ruhig stehen bleiben ich will dass jeder sieht dass ich im keller bin ähm hier ist so ein schiffswrack ja der ist das schiffswrack ach das schiffswrack büsse ja wo wir uns in der allerersten folge getroffen haben ja aber hier ist erst noch erz das hole ich mir erst noch los hoch da du glücksschwein ey ich suche die ganze zeit erz ich finde hier nix hier sind sogar zwei zinn ja jetzt hau halt das holz weg nein jetzt ist zinn super ich hab die ganze zeit flachs gesammelt ne irgendwie bringt mich das ja überhaupt nicht weiter her ah flachs hatte der typ den ich umgehauen hab auch dabei ein bisschen sieben stück oder so aber immerhin klein viel macht auch müsst ich hab aber eben so viel gesammelt dass ich jetzt keinen bogen ja das ist weil du für ein seil halt schon zehn stück brauchst ne das ist schon ziemlich ärgerlich ich hab jetzt auch keinen bogen mehr die ecke hier kommt mir bekannt vor ich glaub hier bin ich bei meinem ausprobieren die viertel stunde oder dreiviertel stunde ach du scheiße ich glaub ich sterbe jetzt äh ah gott sei denn rutscht man hier nur ich komm nicht an das erz an mann ist das dämlich platziert hä das da oben steht immer noch einer auf dem berg genau da immer noch ja ja das ist dieser irgendwas abu abu aber ich hab den nicht umgehauen ja irgendwie sowas ich will jetzt dieses erz lass mich da ja ich würde grad sagen wir zielte da mit dem pfeil auf mich ja mal geh weg du ich hab da nur jemanden rumlaufen sehen im bus ich hab mir gedacht zieht es immerhin ne Ja, wie heißt er? Ander, Ander, Anderlina, Anderina, irgendwie sowas. Ja, egal wie der Heiß. Anderle, Anderle. Ja, jeeha! So, jetzt muss ich nur auf den Erz landen. Haha! Und es irgendwie jetzt treffen. Ja, das geht, ich treffe es. Jawohl, ich bin so gut. Oh, nee. Ups. Wollte ich noch ein bisschen Holz, wenn du mehr Pfeile hier. Okay. Also jetzt muss ich einfach nur die Küste aufwärts gehen, ne? Ja, richtig. Aber hier ist es hier noch eine Foundation, die ich anzünden muss. Obwohl, nee, das lohnt sich nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Nö, nö, nö. Aber hier ist noch Erz. Und wieder Zinn. So, wo ist das gebratene Fleisch? Und ich laufe hier die ganze Zeit nur durch die Gegend und erreiche gar nichts. Das ist auch mal was. Yeah, ich habe Kupfer gefunden. Ah, ah. Oh, ich dachte, bin ich der Einzige, der cool ist und mit Eisen bzw. Metall zurückkommt. Nein. Nein. Das ist eh vorbei. Ich habe es kein Stück gesucht und ich habe es auch gefunden unterwegs und mitgenommen. Ich habe auch nicht gesucht. Bis eben. So, ich stehe jetzt genau neben. Neben diesen Anderia. Anderina. Ja, ich sehe dich da, ich sehe dich da auch stehen. Hauen weg, hauen weg, hauen weg. Oh, jetzt ist er aufgewacht. Jetzt bewegt er sich. Jetzt hat er Angst. Jetzt ist schon der Zweite, der neben ihm steht. Wer hat da vorne einen Baum gefällt? Extrem du? Ja. Bei mir bewegt er sich immer noch nicht. Achso, nee, dann habe ich dich gesehen. Föder. Achso, ja, das kann natürlich sein. Der Föder ist schon mit angezogener Pfeil vor dem Obstehen. Ja, so wie du gerade ja bei mir. Genau. Was willst du, Lachs? Mich schießen. Ach, da bist du wieder der da rumrengt. Das ist ernst. Jetzt kriegst du ja Schiss, ne? Ich weiß nicht, soll ich den töten? Töte den. Was ist das denn überhaupt für eine Frage? Dafür müsste es eigentlich so im Klang geschmissen werden. Das ist eigentlich fies, weil der ist bestimmt AFK. Ich lasse den jetzt stehen. So, das war es dann mit den Bödern in dem LPT. Oh, ich habe Kupfer gefunden. Kupfer. Blädig habe ich zuerst stehen gelassen. Was? Ja. Auch raus. Blädig. Okay, ciao. Das jetzt hier. Leute überleben das. Ich bin halt einen Guten. Sorry. Bei mir würde so eine Gemeinschaft auch wieder aufstehen und die Menschheit überleben. Aber nein, ihr bringt alle um, die nicht zu euch gehören. Richtig. Richtig. Richtig miese Tour hier. Du musst erst mal total misstrauisch sein, bevor du irgendeinem vertrauen kannst. Ich habe ihm ja nicht vertraut. Ich habe ihn einfach nur ignoriert. Mehr oder weniger. Richtig hat sich quasi direkt, wie heißt das Spiel, wenn man sich davor einstellt und dann lässt man sich rückwärts hinfallen, hat er direkt bei ihm gemacht. Ich vertraue mich. Franzosen spielen? Umfallen lassen? Keine Ahnung. Weißt du das nicht? Den Franzosen spielen? Ich gebe auf. Da läuft schon wieder einer. Wer ist das? Ich bin bei einem Käfer. Jaja, gut. Bist du das, denke ich. Oh, Flachs. Ohne Flachs geht hier nichts. Ich brauche noch vier Stück und fünf hier. Algun, ich Spaniel. Nein. Arisch, schreib Arisch. Oh, nee. Nope. Coltschwinger. Aleman. Aleman. Das ist Spanisch für Deutsch. Achso. Oh, kommt der Spanier her? Ich kann nichts mehr sehen. Ich brauche eine Focke. Ja, ich muss meine jetzt doch auch wieder reinpacken. Ich wollte mich aber eigentlich nicht für andere verraten. Du musst jetzt aber jetzt auch mal langsam hier sein, oder? Ich wollte auch gerade sagen, ich bin scheiße, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelatscht. Da sind immer so Berge, die sind dann verlockend und dann denkst du vielleicht ist da Kupfer und dann wirst du enttäuscht. Und dann wirst du wieder ganz weit weg. Dann bleibst du noch stehen und holst dir noch sonst was. Alter, Wöder. Ich bin ja wenigstens so halbwegs am Rückweg. Aber du? Aber ihr geht ja nicht zusammen, davon haltet ihr ja nicht viel, ne? Nee, ich geh nicht mit dem Bildern. Dann würdest du mit mir gehen, ja. Also ich lauf jetzt, ich lauf jetzt auch straight. Zu euch. Gar nix hier, ey, wenn's dunkel ist. Schlimm, ne? Wird ja so schon kein Flux und jetzt erst recht nicht. Wieso? Das leuchtet doch blau zwischen dem anderen hervor. Ich find's jetzt sogar besser. Nicht immer. Du musst nur die Fackel ausmachen. Jetzt hoch hier. Ehrlich, ne Güte. Siehst du mich, Wöder? Ich stehe auf dem Berg und hab ne Fackel an. Äh, nö. Oh, ja, ja, ja. Da ist hier so ein Baumstumpf und ich lauf da so dran vorbei und seh hier so einen Augenwinkel. Boah, da ist was. Boah, ist das nur ein Baumstumpf und nicht so ein Typ. Hier sind ganz viele Kisten. Aber alle leer. Schämt euch. Ehrlich mal, hättet ihr den Wödern auch mal was dalassen können. Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, die Nacht ist da. Und das Ende unserer Folge ist auch da. Und natürlich wollt ihr die anderen auch mal besuchen gehen, dann schaut in die Beschreibung. Da sind die Links natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Hageslicht, Hallo, Flux und so. Ja. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss.